Wir sorgen für einen reibungslosen Ablauf im Nahverkehr. Hallo, mein Name ist Arthur, ich bin 27 Jahre alt und arbeite in der Betriebsleitstelle als technischer Mitarbeiter bei den Stadtwerken Bonn. Wir haben einen Innen- und einen Außendienst, ich bin vor allem im Innendienst zuständig. Egal was passiert, ob wir Unfälle haben, Falschparker oder Behinderung auf Strecke, wir regeln das und versuchen den Verkehr schnell wie möglich, wie lang zu laufen zu bekommen. Hallo, ich bin Daniel, ich bin 29 Jahre alt und technischer Mitarbeiter in der Betriebsleitstelle beim Außendienst. Ich bin mit dem Funkwagen im Außendienst unterwegs und zu meinen Aufgaben zählen die Unfallaufnahme und Schwörungsbeseitigung. Ich bin quasi immer der Erste vor Ort und bin da, wenn es drauf ankommt. Bei uns kommen Meldungen wie Falschparker, Unfälle oder PKWs im Gleis an, aber auch sehr skurrile Meldungen, die nicht jeden Tag reinkommen, wie herrenlose Hunde, die mitfahren, ein Schwanger auf der Südbrücke oder Falschfahrer. Durch die Einschützung meines Kollegen Daniel vor Ort wissen wir, was wir machen müssen und wie wir weiter zu verfahren haben. Wenn es Probleme auf Strecke gibt, fahre ich mit dem Funkwagen vor Ort und bin für die Mitarbeitenden Ansprechpartner und Unterstützung. Es kann auch sein, dass es Unfälle gibt. Da sind wir auch als erstes vor Ort, um auch ein Auge für die Leitstelle zu sein, um die Kommunikation zwischen Rettungskräften, Polizei, Feuerwehr und Co. herzustellen und dementsprechend auch den Mitarbeitern zu unterstützen. Da ich im Innendienst unter anderem auch tätig bin als technischer Leitstellermitarbeiter, weiß ich genau, dass Kommunikation das Wichtigste ist. Nach meinen Meldungen wird entschieden und ich habe quasi den wichtigsten Posten raus. Ich arbeite seit zehn Jahren bei den Stadtwerken Bonn und habe mich für den Arbeitgeber entschieden, da seitens des Klimawandels der Nachverkehr immer wichtiger wird. Ich bin in Bonn groß geworden und Bonn ist quasi meine Stadt. Ich wollte in Bonn was bewegen und Busse und Bahn haben mich als Kind schon immer interessiert. Mein Job ist eigentlich der wichtigste Posten. Werde auch du Teil des SBB-Teams. Gemeinsam treiben wir die Klimawende voran.